Der Streit um den AOK Krankenhausreport, der heute entbrannt ist, zeigt, wie es um unser Gesundheitssystem bestellt ist. Es zeigt vor allen Dingen die Zerrissenheit, die Intransparenz, den Egoismus vieler interessierter Kreise, was uns Patienten angeht. Wir sind letztlich die Leidtragenden, wir die Patienten. Es ist mir ehrlich gesagt egal, ob mir ein hochrangiges Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer, der Herr Jonitz, vorwirft, ich hätte nicht sauber gearbeitet. Damit kann ich leben. Ich habe die ARD-Tagesschau zitiert. Das ist für mich eine saubere, eine seriöse Quelle. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass uns hier von allen Seiten Zahlen um die Ohren fliegen, dass letztlich niemand mehr durchblickt. Ich kann und will nicht behaupten, dass die im AOK Krankenhausreport genannte Zahl von 19.000 Toten durch vermeidbare Behandlungsfehler die richtige Schätzung ist. Genauso wenig kann aber die Krankenhauslobby, die Deutsche Krankenhausgesellschaft nachweisen wirklich, dass im Jahr 2012 lediglich nur, nur 122 Menschen zu Tode kamen, obwohl das vermeidbar gewesen wäre. Es sind übrigens 122 zu viel. Was mich wirklich erschreckt, ist, dass seit Jahren immer wieder, wenn solche Zahlen auf den Tisch kommen, wie jetzt wieder im Krankenhausreport der AOK, wieder davon geredet wird, ja, wir werden jetzt Transparenz schaffen, wir werden für mehr Vertrauen sorgen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Wer einem Behandlungsfehler auf der Spur ist, lernt die Kliniken und die Ärzte wirklich kennen. Da wird dann gerungen um jeden Cent. Da wird hinausgezögert, bis sich das Ganze hoffentlich biologisch erledigt hat. Das erleben wir immer wieder. Und das sind belegbare Fälle. Ein trauriges Bild für den Zustand unseres Gesundheitswesens. Jos von Acken Jos von Acken Bis zum nächsten Mal.